Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TTT mit allen sechs. Wollen die schon wieder Terminland? Wer war Sepp? Sepp und meine DSL-Map. Oh ja, wir waren so die Kings. Wie hießen wir denn noch? So scheiße. Da hinten in Burger Town ist einer. Hast du dich mal dazu entschieden, die Dinger zu lassen oder was? Burger Town ist einer. Willst du nicht mal hinten zu den Fässern gehen? Ja, geh du da hin. Boah, hier ist Bram. Oh, hi. Oh, hi. Komm jetzt mal die Fässer da hinten weg, ja? Die da? Alter, Bram hat mich damit halb voll gehörtet. Ja, auf jeden. Und deswegen bleibe ich so ruhig. Alter, voll... Boah, Alter, Bram. Du musst ja draus mal grad die Fässer entfernen, ja? War das ne Bombe? War das ne Bombe? Ja, da war ne Bombe nach 14 Spielsekunden. Was? Alter, das ist Peter wieder. Wie geht das denn? Musst mir mal erklären. Ich will da noch mal haben. Ich hab meine Frage schon beantwortet. Wer ist das hier? Sepp? Vorsicht, Sepp, ins Incentary. Wieso ist hier Blut am Boden, Sepp? Von deiner Mutter. Das ist der Incentary! Ja, super. Hast mir Schaden gemacht. Dankeschön. Ja, hab ich doch vorher aber angekündigt. Ja, super. Meinst, ich seh die, wo du Mongo und die hingeschmissen hast? Ich bin kein Mongo. Ja, doch. Ich bin kein Mongo. Warum nicht? Wann sieht das da gar nicht? Ach, das ist Sepp. Warte mal, Jay. Geh mal weg. Vorsicht, Disco! Fick! Du hast mir das da drauf gewonnen, damit ich runterfalle oder was, du blöder Penner. Ja, erstmal Hadi wegmachen. Der hat mir auch schon so ein Ding vor die Nase geworfen. Blöder Spacko! Jay, es schießt auf mich! Ja, kannst du dich am Arsch lecken. Jay, hat der ihn weggemacht? Eh, no. Ja, Jay. Oh, fuck! Jay! Oh, Bram, schießt... Jay, schießt auf mich! Ja, Bram, du wurdest gesehen von allen. Von Chris und von mir, äh... Oh! Äh... Äh... Oh, Spaß! Wieso hast du das nicht weggemacht? Alter! Das hab ich nicht geschafft, der hat sich ganz hinterher verstanden. Braum, ey! Hab ich ja weggemacht! Kann ich ja von hinten hin, ja! Von hinten! Weil die halt alle gesehen haben, dass du faken wolltest. Ja, voll, wie krass der die Luft geschossen hat, ey! Ja! Du hast nix gesagt? Vorsicht! Du hast nix gesagt. Das heißt, äh... Christian hätte er z.B. gar nicht mitgekriegt. Boah, Hadi, ey! Ja, ich hab... So lange nix gesagt, weil ich mich von hinten anschleichen wollte, damit ihr nicht wisst, dass ich da bin. Hat keinen Bock auf Terminal oder was? Ja, glaubst du eigentlich erstens, dass du damit durchgekommen wärst? Ja, die... Ja, die... Ja, die... Das haben bisschen Blut bespritzen hier alle. Die Map ist echt voller Blut, wa? Das ist gefährlich. Das ist total abgefahren. So, erstmal allen hinterherrennen, damit man gleich alle wegrotzen kann. Ist aber echt ein schöner Nachbau von, ähm, von, äh, von, äh, Tömmel. Also ich find den Grafisch, äh, von, äh, von, äh, von, äh, von, äh... Oh, hallo, Tay! Okay, da ist noch Chris. Ja, Hadi. Hallo. Hadi. Das ist Christian. Das ist Jai. War mal so ein paar Fässer weggemacht, wa? Alter, das war aber ganz schön knapp. Äh, du... Sepp, du hast schon wieder in meine Richtung geballert! Ja, weil ich die Bildschirme da in deine Richtung schieß. Ja, ja. Ist klar. Du hast eigentlich direkt eine mitgegeben, wa? Aber dann bist du ja der Random Killer. Ja, bist echt bei einem Killer, ey. Oh, Spaß. Alter, ist der Beine. Ist mir auch nichts von mir da. Ist mir auch nichts von mir da. Ist dich. Der schießt glücklich auf mich! Ja, jetzt hast du eine gekriegt zurück. Was? Ich hab... Ich hab... Ja, du hast mich zwar nicht getroffen, weil du inkompetent... äh, weil du inkompetent warst. Okay. Aber du hast trotzdem... Ich hab halt getroffen und hab in deine Richtung geschossen. Dumm gelaufen. Christian, hast du auf Sepp gerade geschossen? Nee. Irgendwas hat hierhin geschossen. Was ist denn los? Verpiss dich. Was ist denn? Warum? Warte mal, ist da um... Alter, Peter, kannst du bitte... Hey, beweg dich mal wie diese... Wie diese Entchen bei dem Schießstand immer so... Alter! Hüpf! Du machst... Nochmal! Nochmal! Nicht die Fässer nach oben auf der Slapper-Busy noch da. Komm, nochmal! Ja, nicht so springen! Springen ist gemein! Warte... Was ist das denn hier? Das ist Jay, der bewegt sich... Du kannst Publikum sein, wie du willst. Der bewegt sich die ganze Zeit so links und rechts durch die Tür und ich muss den... Ich versuch den zu treffen. Das hat er immer geschossen! Ja, weil das ist schwierig! Du bewegst dich voll schnell! Ja, ich glaub schon, dass er vorangelaufen. Warte... Sind denn die Mongols? Oh, das war... Die stehen direkt voll... Mein Gott! Das war voll zu spät! Haben wir doch mehr Zuschauer? Oh, voll geil! Jetzt wird ein langsames Gelenkzuschauer. Ich hab da... Ich hab auch das ge... Alter, was war denn das jetzt gerade? Das war glaub ich... Das war Sepp. Der hat da voll reingeballert. Ey, willst du mich verars... Genau! Darf ich doch... Ich spiel hier keinen MW2... Ich spiel hier keinen MW2... Ich wollte den Namen durchflackern sehen. Das war's dann. What the fuck? War auch ziemlich cool. Oh, ich fache... Wenn du und Peter geguckt haben musst... Ja! Fällt Sepp auf einmal rum... Ich hab auch auf den geschossen, als der... Ich mein, Sepp hat's ja auch wieder geil gemacht, weißt du... Hardy versucht, Jay abzuschießen, der da rum... Und Sepp rennt einfach mal dazwischen rum... Und wir haben beide auf Sepp geschossen... Und du hast getroffen... Ah, schön... Ja... Bei mir darf halt jeder mal ran, ne? Oh, ja... Ich hoffe, das wird auch so bleiben... Ey, ich kann dir keine Granaten durch Fensterschein werfen, weißt du... Panzerglas ist... Oh, ey... Muss die vor kaputt machen... Oder hart genug werfen... Wuuu... Wow... Oh, guck mal, da hab ich dich da hoch... Wow... Was der... Den sind aus der Karte gleich wo rausgeflogen... Oh, Peter, jetzt wird... Jetzt wird... Jetzt wird langsam kritisch... Ja, hör auf, mir hinterher zu rennen... Oh! Da piss dich, Sepp... Ich bin aber innocent... Ja, ich bin auch innocent... Guck hier, ich mach die Fässer weg... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Ich hab keine Absicht... Ich schwör's... Das glaub ich... Ganz ehrlich... Christian, hau ab... Was bist du von mir? Du sollst... Du läufst einfach von da rein! Weißt du was? Oh mein... Okay, Christian ist es... Christian ist es, glaub ich... Okay... Wegen, ey... Christian, Bram oder Pete sind's... Ja, ich bin's aber nicht... Ne, Christian, weißt du Bescheid... Oh man, ey... Ja... Bombe! Geh weg von dem... Terminalteil! Geh zum Flugzeug! Wo ist die Bombe? Das bist du, sorry! Oh Gott! Sorry! Ja, 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 ja... Die Bombe ist irgendwo beim... Wow! Die war da drin? Oh shit! Erstmal weg von... Voll der gute Tipp, ey! Leck mich am Arsch! Ja... Das ist vielleicht sogar weit genug weg gewesen... Egal, ne... Boah, ich schieße jetzt mal fast kaputt... Boah, war das ne geile Aktion... Ich frag mich, ob er da für Minuspunkte ist... Ja... Ich weiß es auch nicht... Lol... Oh, der ist da! Rechts um die Ecke direkt... Rechts um... Nein, da, rechts um die Ecke! Alter, hat er mir noch eine mitgegeben? Boah, jetzt muss ich mich, äh... Boah, Peter kriegt erstmal 1000 Minuspunkte, ey! Boah, das tut mir so leid, ey! Ja, hat er sogar wirklich gekriegt! Und dann sagt er noch... Tu mir, tu mir leid! Ja, hab ich wirklich gekriegt! Geh weg! Aber das sah so unfassbar geil aus! Ich hab nur noch gesehen, wie das fast ne brennende Fass zu Sepp gerollt ist... Und Sepp einfach nur voll gegen die Wand geklatscht ist, ey! Sooo krass! Ich hätte dreimal sterben können, ey! Wie war ich, ey! Ja, hab ich echt krass Minuspunkte für gekriegt, schade! Na ja! Ich hab echt mit meinem Charakter mitgefühlt! Ich war immer nur am random kill den armen Sepp, ey! Ich will dann nicht in Ordnung! Ich will dann nicht in Ordnung, Funken kommen! Ich find das nicht in Ordnung, Leute! Muss man mal so sagen! Hashtag random kill! Ist der verbittert? Ne, mach dich jetzt weg direkt! Random kill! Oh, der random kill! Oh, der wird beworfen halt da! Hilfe! Das ist hinter mir! Das ist hinter mir! Das ist hinter mir! Nicht quatschen! Das ist hinter mir! Rahmen! Wer willst du von mir? Wer willst du von mir? Alter, fick dich einfach! Du hast gar kein Anrechter auf mich hier wegzuschicken! Ja doch! Hau du ab! Komm, geh! Wie sollst du mir nicht hinterherlaufen? Ja dann geh doch! Das ist jetzt mein Gebiet hier! Der hat komplette Terminal gehört mir! Nö! Ja okay! Dann kommt nicht! Die ganze Welt! Wer schießt denn da auf den? Ja, der hat den doch weggemacht du Bob! Ja, aber hat der den schon confirmed? Ja, der war... Leute, die waren beide innocent! Ja, super Peter! Ja, du hast sie doch getötet! Na, du warst wenigstens Traitor! Alles klar, Peter! Ich hab gewartet! Dann ist es Chris! Ja, und der... Oh Gott, der steht da hinten! Oh! Ich lauf dir mal hinterher, ne? Ich mein, das wäre ja ein Easy-Kill jetzt für mich! Äh... Anderdings! Boah, Bram, wieso hat Bram... Also, dass Bram gerade Hardy gemacht hat, war echt ein Mega-Random-Killer! Und dann hab ich natürlich Bram weggemacht, weil ich dachte, der ist es auf jeden Fall! Es ging einfach darum, wer den Dickeren gerade hat! Oder wer die Bolz hat und so! Ja, keine Ahnung! Da! Der ist... Oh, shit! Ah! Boah! Ficken, der hat sich die Amor geholt! Was? Die Amor, die ist doch verboten! Die Amor! Die Amor ist verboten! So, die Amor! Oh, Peter, du Lappen! Echt, Mann! Wo ist der andere denn jetzt? Wo ist der andere denn jetzt? Hallo? Ja? 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 Du hast das ganze Terminal geklebt! Ja? Du hast das ganze Terminal geklebt! Du hast das einfach recht gesagt! Für Hardy hab ich das ganze Terminal geklebt! Ich soll jetzt weit rein, weil du ein Random-Kill gemacht hast! Finde ich total drüber! Finde ich total drüber! Die Map heißt Terminal! Ja? Die Map heißt Terminal! Die ganze Map! Wenn du dich auf die Map bewegst, bist du dran! Ich seh schon die Kommentare schreiben, probieren! Ah, die Hardy ist doch auch für dich welche Sachen zu claim! Ich wollte ohne Spaß, Sepp! Das war eigentlich letzte Runde ziemlich geil! Ich wollte dich wirklich weg machen! Und dann hab ich gesehen, wir sind beide Tracer! Haha! Das war eigentlich ziemlich krass! Bist du normal geworden, Christian? Ja, ist mein Ding! Ja, ist schön für dich! Ja, die Hardy ist mein Ding! Hau ab, Sepp! Das ist mein Ding! Ich hab den größeren Lümmel! Ich hab den größeren Lümmel! Verpiss dich! Jawoll! Den größeren? Ja, ich will auch zugucken! Ja, richtig! Ich will mir das auch angucken! Ja, die Hardy schon geflüchtet! Jetzt sind wir alle hier zusammen! Ja, das ist sie! Ey! Ah, Pit is cruel! Ja, gleich! Ich könnte dir jetzt mal am sauen Kopf spucken, ne! Das ist total treibend! Bam! Ja, stimmt! Kannst du machen! Wie Hardy auch einfach nur still steht! Ja, weil Hardy nämlich traitor ist! Ich bewege aber meiner Maus! Beef, dann kriegt er auch Mangel! Der musste einkaufen, musste der! Ja, genau! Ich hab doch gar nicht... Also, weil sie haben ja schon weggemacht, was? Still stehen bleiben? Da hätte Johnny schon lange zugeschlagen, normalerweise! Stimmt, also machen wir weg! Warum regst du dich bei mir nicht auf? Ey, wir könnten uns... Wir könnten uns... Moment! Wir könnten uns... Wir könnten uns... Wir könnten uns gleichzeitig verdächtigen, stellen wir uns im Kreis um Hardy auf und schießen alle gleichzeitig auf! Ich mein Hardy! Mexican Stand-Off! Loll! Loll! Was macht ihr denn? Christian! Wow! Okay! Na ja! Alles klar! Johnny ist mal rüber! Ich hab mir halt alles angeguckt! Ich dachte mir, okay, dann snag ich euch Holz weg! Hä, wo ist er? Oh Gott! Er ist im Flugzeug! Äh! Peter, wir sollten das zu zweit machen, oder? Ja, da hast du auch zu Recht! Ja, echt? Mach das mal zu zweit! Was haben wir denn hier noch? Frack-Renade kenn ich noch gar nicht! Die würde ich jetzt benutzen! Irgendwo, aberaten... Ich stehe dann an der Treppe am Flugzeug! Verkackt! Scheiß Armor, Alter! Ach, Armor hätt ich mir vielleicht kaufen sollen. Wo is'n die! Der muss doch 1000 Punkte haben! Wo denn?! Äh! Am... Am Luftkissen draußen am Flugzeug! Boah! Kacke, Mann! Hier ist Sauber! Ja, sehr gut, Christian. Also jetzt bist du dreimal hintereinander Traitor geworden, leck mich am Arsch. Ja. Man, das war so klar, irgendwann da gleich einer losbricht da der... Der hat den zuerst getroffen. Christian. Und ihr habt euch wahrscheinlich alle gegenseitig die Minuspunkte eingeheimst, richtig so. Ja. So, jetzt ist Feierabend, wenn mir jetzt zu nahe kommt, den Pusten. Das meine ich ernst. Das war schon wieder die gleiche Situation. Ich sagte, ey, selbst hätte ich weggemacht und in dem Moment waren wir beide Traitor... Oh, Peter ist neben mir auch für den zweiten Traitor. Ja, wir sind beide Traitor geworden, ja. Ich finde das voll scheiße, dass ihr immer nur auf Hardy geht. Ja, das hat sich gut angeboten, weißt du, der stand still und dann konnte man alle dazu anheizen, dass Hardy der Böse ist und so. Bevor wir da alle weglaufen und sich verstreuen müssen. Ja, genau. War nix persönliches, Hardy. War voll gut. Ich war halt Traitor. Was soll ich machen? Willst du hier drin? Ich rotz dich weg. Ich rotz dich direkt weg, wenn du jetzt nicht gehst. Ich geh doch! Ja, geh weiter! Geh! Ja, was denn?! Ich bin jetzt nicht Traitor geworden, Peter. Alter! Hau ab! Hau ab! Ja, da ist doch der Spawn, Hardy. Ja, was sag ich, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nee, Burger Town hat er den voraus verschlägt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Leute, der hat den weggeknallt! Der muss sich jetzt erworben. Hey! Das bleibt noch einer. Ach so. Ne, 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 ich hab auf dich geschossen, weil du ihn weggemacht hast. Ja, war der Traitor? Ja, sorry, sorry. Aber erstmal schießen dann wieder. Darf ich jetzt mal fragen, was passiert ist? Also, Sepp hat den Traitor gemacht und Sepp ist proven. Sepp ist proven. Ich hab leider auf Sepp geschossen. Sepp hat danach kurz auf mich geschossen. Ey, Bram ist schon tot. Hadi hat Bram, Peter, Peter oder Jason. Bram was wieder, jawohl! Bram, du darfst gleich reden. Sepp, dann sind's, Sepp, dann sind's Peter oder Chris. Ja, auch echt. Mensch. Hä? Dann ist's Peter. Chris, dann schießt auf mich. Okay, dann mach ich dann mit Bram. Holen wir das aus, Leute. Sepp ist es! Ich bin's proven! Was? Komm schon auf! Sepp, warum wartest du mich? Sepp, warum wartest du sie so doof? Sepp, warum wartest du sie so doof? Sepp, warum wartest du sie so doof? Sepp, warum ist Sepp wirklich doof? Nein, warum hast du nicht gewartet, bis Peter und ich uns gegenseitig gekillt haben? Ja, warum nicht gekillt? Überhaupt! Weißt du warum? Jay hatte keinerlei Sachen, das erlitten sein zu sein. Also Sepp, Sepp hat mit seinen randomkills minus drei Punkte, ja und beschwert sich immer, dass ich einen random kill habe. Wieso war ich mit dem random kill? Du hast random kills gemacht, hast minus drei Punkte. Ja. Ja genau, weil Peter sagt hier, ja Sepp ist es, dann ist es ja wohl Peter. Der Peter hat's gemacht. Mann! Ich hab keine Minus-Milkisse. Ey, sagt einfach, dann ist es, Peter oder Chris und dann rutscht die sich weg. Oh echt, ey. Ja der Erste, der hat halt sagt, der rutscht man. Ja Sepp, du mischst dich ja auch noch ein, du Idiot. Nein, ich hab mich nicht eingemischt, ich hab dich weggemacht. Nein, du hast erst Christian weggezählt, weil ich es selber gesagt habe. Ja, Sepp hat erst, genau, Sepp hat erst dich geschossen. Ja, weil Christian angefangen hat zu schießen. Ja, von wegen, du hast nur mich weggemacht, ja du hast zwei Innocente gekillt. Ja, du sagst dann noch, Sepp ist es, wo ich dann natürlich denke, okay. Du hast zwei Innocente gekillt. Warte, ich hab den Traitor gekillt, du Wurst. Nein. Ja, stimmt. Und dann sagst du, Sepp ist es. Und dann denke ich natürlich, ja komm, dann ist der Traitor, weil er mich beschuldigt. Anders macht das ja gar keinen Sinn. Ja, jetzt auf Wiedersehen, tschö, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh Mann, ey.